In Türkei hatte meine Oma so Katzen gefunden. Ich habe denen immer Futter und so gegeben oder ganz viele sind gekommen. Ich habe ihnen immer Futter gegeben. Ich habe ganz viele Leute geholfen bei Hausaufgaben oder so. Wenn ein Freund von mir die Hausaufgaben nicht so gut und dann habe ich ihnen erzählt und geholfen. Ja, es ist ein schönes Gefühl, wenn wir sie mitspielen lassen, dass sie dann nicht alleine sind, sondern auch Freunde haben. Zum Beispiel, wenn ich hinfalle und dann meine Freunde oder so mir helfen und dann fühle ich mich ein bisschen so gut. Wenn ich mit meinen Freunden spielen kann oder wenn sie mich auch fragen, ob ich spiele oder so. Bis zum nächsten Mal.